Herr Greta, wie fühlen Sie sich nach Ihrer Operation? Für mich war es sehr gut. Ich habe vor zehn Minuten meine Operation fertig. Dr. Beschnitt hat mir erfolgreich das Keramikimplantat gesetzt und bin sehr zufrieden soweit. Ich habe keine Schmerzen gehabt. Klar, es war ein Eingriff, aber ich habe soweit keine Schmerzen gehabt. Der nächste Termin ist Federziehen und dann freue ich mich riesig auf meine Kronen, weil ich wieder richtig zubeissen kann. Ich habe solches Glück gehabt, dass wir das machen konnten, weil wir keine Zähne abschleifen mussten wie Bernhard Brücke und ich freue mich riesig daran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017